ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy ich bin hier mal drüber geflogen habe das frei gemacht ich bin ja von hier bin ich hier rüber geflogen habe das mal frei gemacht jetzt bin ich jetzt hier gerade auf dem Besen weil hier sind noch ein paar Verstecke und so wir müssen einiges noch frei hauen ich würde mal sagen wir setzen uns jetzt hier mal in den Wegpunkt hin das geht und dann fliegen wir da mal drüber auch mal damit wir das auch mal frei kriegen das habe ich mir so überlegt gerade so aber herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy ihr wisst schon mal Bescheid was ich vorhabe gerade ja da waren noch zwei Dinge ich das machen wollte das zeige ich euch gleich ich ja ja komm ich kriege mal da drüber Rebellion so kommt bei mir ok Mega-Power-Tränke. Wie geil ist das denn? Klopeng. Ey, ich bin hier einer. Also, ich wollte jetzt mal weitergucken, ne? Zwei. Kein Grund zur Aufregung, ich tue dir nichts. Äh, drei. Dann zwei. Naja, gut. Schau, wie Darts jetzt könnte man machen. Ich hab das bescheuert an, aber die können wir schön verkaufen. Das hört sich bekloppt an, aber es ist so... Drei? Hallo? Ah, das ist ja mal gut. Ja, und wir haben noch wieder etwas geschafft. Ey, ist doch geil. Boah, guck mal hier. Hier geht aber rum, Toei. Ja, gut, dann laufen wir mal. Ähm. Geil, ne? Herausforderung abgeschlossen. Drei Tierwesen haben wir geschafft. Wunderbaaar. Und dann, und dann, und dann, und dann. Und dann, und dann. Talenta. Kann man einen nehmen. Schleichen. Den hätten wir schon mal einen komplett. Der fehlt mir noch. Der könnte treffend, Verwandte, Zauberverwendete Gegner in Explosive Optiken. Ja gut, den benutzt ich ja gar nicht. Das ist das Problem. Okay, 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 das ist ja gut, Mensch. Sagt nichts dazu, ne? So, jetzt geht es mal weiter. Ah, gehen wir weiter. Ja, wir gehen jetzt in die Richtung, wo wir hinwollen. Oh, die Vorfreude. Genau. Wieder Spinnen hier. Die Spinnen hier, wohl die Spinnen hier. Und dann! Ja, diese spinnen hier. Wir fusionieren, Bus 맛! Ja! Egli! Ja! Ent patriarchiert! Entwandern am Prisoner... vor der Ruhe wie открыbete Musik... in Frankfurt. Ah, ein Troll versteckt man wieder. Okay. Hallo, lieber Troll! Hint! Eljamos! Bingo! Anjamos! Es ist ein ganzes Wettbewerb. Hm, ging nicht. Keine andere. Oh, der liegt wie einer. Ach, der ist ja selbst. Der überall liegt. Der ist ja so. Der liegt überall. Ich weiß auch nicht. Der schläft durch irgendein Rausch aus überall. Keine Ahnung. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Nö. Also können wir ja hier messen entlang gehen. Hier ist noch was. Mal hier hoch. Ah, hier ist ein, äh... Das ist ein Ort wie aus dem... Wie aus dem Bilderbuch, ich weiß. Reveilio. Es gab noch nie ein Team wie die Cannons dieses Jahr. Ich finde, es wird nicht genug über die Vergangenheit nachgedacht. Die Welt lernt aus ihren Fehlern. Bei Zentauren bin ich nicht sicher, aber gegen einen Drachen möchte ich ganz sicher nicht kämpfen. Was wir in Gott und Schatz in Bodmin Moor je finden. Bei dem Fliegenpilzmärchen musste ich als Kind immer wirken. Okay, dann wollen wir... Ach, guck, wir gehen einfach mit. Oh, mein armer Junge. Hallo, Madame. Ist alles in Ordnung? Ich bin außer mir, seit Rococo davongelaufen ist. Mein geliebter Niffler. Ah. Es tut mir leid, dass ihr Haustier vermisst wird. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen. Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein. Hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rococo weg. Ich mache mir solche Sorgen. Aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist. Ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Okay, warum suchen sie nicht selbst? Warum holen sie Rococo nicht selbst zurück? Henriettas Versteck ist an sich schon heimtückisch genug. Wenn dann noch diese Erschwinderinnen dazukommen... Ich liebe Rococo, aber mein Leben liebe ich noch mehr. Na, selbstverständlich. Warum hatte Henrietta das Bedürfnis, ihr Haus so zu schützen? Henrietta war eine Baroness, die reich heiratete. Mehrere Male. Ihr unermesslicher Reichtum brachte ihr ein Leben voller Argwohnen und Vereinsamung ein. Je mehr Reichtümer sie anhäufte, desto mehr fürchtete sie, sie zu verlieren. Daher auch die schrecklichen Fallen im ganzen Versteck. Nicht mal ihre Familie war willens, sie zu entfernen, um an ihr Vermögen zu kommen. Genau. Ich halte Ausschau nach Rococo. Oh, das ist wirklich lieb. Aber bleiben sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Am besten mit Henriettas Schätzen. Sie hat sicher nichts mehr dagegen. Was verkaufen Sie hier? So, gucken wir mal. Was kann ich für Sie tun? Oh, Kleidungsstücke. Super. Ja, gut, dann verkaufen Sie aber Kleidungsstücke. Dieses Versteck klingt interessant. Das sollte ich mir ansehen. Für über Coco. Man kann nie genug Waren haben, sage ich immer. Oh, noch verkauft. Vielen Dank für den Besuch. Pass auf, das ist hier unten. Ich hatte mich hier gesehen. Das ist Schatze verfluten Grabes. Gibt es hier. Und dann gibt es hier auch dieses Rocco. Genau. Hier. Aber ich werde noch mir was anderes einfallen lassen. Hier. Hier bin ich. Ne, hier. Hier sind wir zur Zeit, ne? Das sucht man jetzt. Dann gehen wir hier. Machen wir hier das alles noch frei. Guck mal, was hier alles ist. Und guck mal, hier haben wir auch noch was. Der Verfluchten Grabes. Im Keller alternativen habe ich nämlich schon eine Tür gefunden. Ne, genau. Aufstehen. Ey, so viel noch. Hier kann man alles noch aufmachen. Und hier kann man alles aufmachen. Hier müssen wir auch noch herfliegen. Und hier müssen wir herfliegen. Das ist... Mal einfach mal zu gucken, was wir alles machen müssen. Deswegen sage ich ja, das... Vielleicht wie viele Folgen das noch sind? Rebellion. Äh, ja. Was haben wir denn hier? Ein Demigais. Ach, da. Ja, den sieht man würden. Also... Du gehörst mir, Demigais. Jetzt wird der Elf wird blau gezeigt. Der andere war gar nicht zu sehen. Also irgendwie war da... War leider was falsch dran. Schade eigentlich. Okay. Rebellion. Gut, dass ich das noch mal gegründet habe. Ha. Ha. Rebellion. Das ist alles wieder verkaufen. Überkommen wir nicht, habe ich so das Gefühl. Ein seltsamer Brief von Lea und Herod. Mein irrsinniger Herod, schön deinen Brief zu lesen, ein schöner Brief. So schön. Das Haus ist gerade etwas in Ordnung. Warum bewegen sich die Wände? Die Kinder sehen es auch. Lena und ich haben entschieden, dass das Beste ist, wenn wir für einen Moment alle in den Keller bleiben. Denn die Eingangshalle ist voll mit Wolken. Sie sagen, sie wollen dir schreiben, aber hat Probleme, den Federkiel gerade zu halten. Habe ich schon erwähnt, wie schön dein Brief war. Wenn ich Ari irgendwo finde, dann schicke ich ihn mit diesem Brief zu dir. Es ist ewig her, dass ich die alte Eule gesehen habe. Die große schneeweiße Fledermaus, die uns mit dem kreischenden Qual, werden wir hingegen einfach nicht los seltsam. Wo sind deine Schuhe? Meine Schuhe? Okay. Reveilion. Lieber Leon, ich hoffe, du bist wohl auf, lieber Bruder. Es war mir eine Freude, den letzten Brief zu lesen und die Neuigkeit von deiner Familie zu erfahren. Besonders von deiner blitzgescheiten Frau. Lenas neues Experiment mit der Herstellung von Zaubertränken hört sich in der Tat faszinierend an. Gelingel sagt, ich habe nie gehört, dass jemand flüssigen Quecksilber zur Herstellung von Dauerbocktränken verwendet. Ich muss sagen, dass Dampfbaden, die wie du schreibst, durch das Haus wabern, mir etwas Sorgen bereitet. Ist Lena sich gewiss, dass ihre Arbeit sicher ist? Ach, was rede ich denn da? Ich werde schließlich nie sonderlich gut in Zaubertränken, nicht wahr? Ich war nie. Ich vermisse euch sehr und freue mich auf unseren gemeinsamen Sommerurlaub im Meer. Harriet. Naja, lass uns mal schnarchen. Gehen wir weiter. Okay. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Hallo, Mora. Wir haben jetzt bestimmt sechs folgende Sucherei gemacht. Boah. Wenn man so bedenkt, ne? Rebellion. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie... Wer hier wohl wohnt? Ja, ist eine gute Frage, ne? Rebellion. Okay. Alohomora. Ich kriege aber langsam durchschwunger. Ja, ich bin früh morgens. Ja, ich muss mich das mal wecken. Und dann geht's jetzt mal essen. Ne, boah. Tag bei der Mitglieder der Erschwinderin. Okay. Es ist jetzt zwei Wochen her, dass Rockwood mich in diese verfluchte Anwesen gebracht hat, um als Wachposten zu fugieren. Ich glaube, das soll irgendeine Art von Bestrafung sein. Warum sollte er mich auftragen, nur mit den Toten der Gesellschaft dieses öde Dorf zu überwachen? Seit meiner Ankunft ist mir gelungen, den Dunst zu besiegen, der in den Räumen dieser zu groß geratenen Hütte liegt. Oh, am schlimmsten ist der Keller. Er ist voller Leichen. Sie waren mindestens ein Jahr lang hier eingeschlossen, aber seltsamerweise sind sie nicht verwest. Wie sie gestorben sind, weiß ich nicht, aber je mehr Zeit ich an diesem Ort verbringe, desto seltsamer fühle ich mich. Voreingenommen schlechten sich Verkommenheit, schleicht sich mein Geist. Mehr als einmal habe ich mit den Gedanken, ich will schwarze Magie anzuwenden, um die Körper im Keller zum Leben zu erwecken, um Gesellschaft zu haben oder zu meinen Vergnügen. Vielleicht sollte ich mich hier zurückziehen und darüber nachzudenken. Vielleicht bin ich nicht mehr lange allein. Boah. Krass. Die sind tot. Ach du Scheiße. Rebellion. Okay. Alohomora. Ja, ich hatte die falsch benutzt. Ich hatte in die Mitte geguckt. Okay. Das ist ein Zusammenhang mit dem einen Teil da. Mein Spann ist dann. Ich hatte damals in Hogwarts besser aufgepasst. Krass. Nichts wärmt den Körper so wie in Sendio. Das sagte meine Mutter immer. Wer braucht es? Ja, mein Alohomora kann. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpacke. Rebellion. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpacke. Das könnte mir nicht aufpacke. Ich bin nicht aufpassen. Die Töne ist geschickt. Ich komme auf den Weg zu können. Das könnte ich nicht aufpassen. Okay. Ich bin nicht aufpassen. Ich wollte eigentlich in der Stadt mal rumsuchen. Ja gut. Eine Feder. Eine Feder. Die haben wir hier. Okay. Dann eine Feder. 4. Okay. Wieder dieselben Höhlen wie ihm. 2. Feuer. 4. 4. əh. 3. Religi. 2. 3. Rebellion. Resultat. Wo? Okay, warte auf. 4 Ach, der hat aufgemacht. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Kannst du dir das so vorstellen? Warte mal, ich will jetzt den wir zurück haben. Okay, gehen wir grad wieder zur Bärenhaus. Haben wir alles hier? Ja. Die will grad was sagen über mein Buch. Mein armer Rokoko. Mein armer Rokoko. Mein armer Rokoko. Soll ich alles haben, oder? Ja, ich hab alles. Mein armer Rokoko. Mein armer Rokoko. Mein armer Rokoko. 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 Ja, was für ein Herrenhaus meinen die? Ja, gut, das werden wir noch ausfinden, ne? Räuelio. 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 Du kannst deine Augen nicht von dem hübschen Mädchen lassen, was? Kurz den Rockzipfel gehoben und du bist völlig weg. Bombarder! Räuelio. 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 Wahrscheinlich, ne? Hier ist wieder Eingang. Was hatte ich eigentlich hier? Achso. Konfingo. Bombarda. Rebellion. Konfingo. Rebellion. 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 Ah. Ich weiß, dass sie gut sind. Ja. Dann halt nicht. Rebellion. Wer hier wohl gelebt hat? Rebellion. 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 Okay, ich habe Zweifel. Zweifel, lass uns das erst mal machen. Rebellion. Ja, geil. Ah, ich spiele mir noch immer so was. aber ich würde sagen ja ich würde sagen das war es für heute und ich werde auch was essen ich habe hunger guck mal gerade das ist das herrenhaus anscheinend schon die ganze zeit meinen hier gibt es hier irgendwo in keller hier gibt es im keller alle homo Oh Mensch mal, Mensch mal, hier ist das, was sie gemeint haben. Rebellion. 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 Wir kommen ins Licht. Komm, Trinko. Trinko. Wir sahen auch schon mal besser aus. Fynnow. Ja, ja, die waren auch mal lebend. Ah, ok. Rebellion. Okay I'm single Okay, dann müssen wir gucken, wie wir ihn hinkriegen Alles klar Nochmal Ja Weg Nochmal Okay, nochmal Alles klar Ist leider so Sind wir alle weg? Ja Oder? Ne, das war einer bestimmt, oder? Okay Sehr gut Sehr gut Sehr gut Wollen wir gucken Kann noch was hinkriegen? Reveglio Ah, da ist noch einer Da sind noch zwei Okay Zeit, jemandem eine Lektion zu erteilen Da hab ich schon leid.. Ah, das ist sie, das ist sie! Ich weiß, ich bin ein bisschen länger, aber... Wo ist jetzt auch einer? Mr. Wutting, ich kann hören, wie die Inferi die Tana gerufen hat. Ich kann hören, wie Inferi die Tana gerufen hat, näher kommen. Es war mir eine Ehre, als Fluchbrecherin für Gringotts zu arbeiten. Ich hätte merken müssen, dass man Tana nicht trauen kann. Immerhin war sie meine Partnerin. Ich hoffe, sie vergibt mir, dass ich diese Hinsicht versagt habe. Bitte sagen Sie meiner Familie, dass ich im Kampf gefallen bin. Sofine. Okay. F. Hallo, Mora. Oh, okay. Okay. Naja, gut. Wäre sicher interessant zu sehen, wohin sie führt. Schatz des verfluchten Grabes. Ah, okay, okay. Reveilion. Reveilion. Ja, gut. Dann... Kommt Ringo! Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich jetzt? Okay. Aber, ich würde sagen, das machen wir wirklich nächstes Mal. Krass. Wo war ich denn eben drin? Da? Ja, ja, ne? Ja, gut. Ha. Ich würde sagen, lassen wir es jetzt mal so sein. Dann machen wir es okay. Ich habe schon wieder einen Teil gekriegt. Heftig, heftig. Äh. Jetzt sind es nur noch drei Stück. Cool. Alles da, Trevor. Trotzdem sollte man befreundet sein. Es ist eine sehr gute Erschwinderin. Ah, okay. Ähm, Trevor war von Anfang an eine von Rockwoods angebetete Anhängerin und Half Rockwood in Hogsmeade Fuß zu fassen. Die ist jetzt auch tot. Ha, 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 ha. Dann machen wir noch was. Hier. Herr des Hauses. Der Inferius. Zu Lebzeiten reich. Obgleich das einzige Anzeichen reich zu nur, an seine Kleidung ist. Krass, die haben wir ja voll die... Inventar... Ja, gute Ausrüstung... Wir haben auch wieder was sie kriegt... Hammer, Hammer, Hammer... Hammer, Hammer... Okay... Aufträge... Finde, Schatz, Anhaltung und Kampfundes... Wow... Rette Rokokoko... Rokokoko... Achtundacht Prozent... Boah... Spiel speichern... Oh ja... Essen... Danke fürs Zugucken... Video Daumen hoch... Abonnieren... Akt... Aktualisieren... Ne Gott... Glock aktivieren... Kommentieren... Teilen... Danke fürs Zugucken... Euer Sai... Ich verlasse das Spiel jetzt... Bis dann... Bis zum nächsten Mal bei... Rock'n'Roll... Rock'n'Roll... Ciao... Matt... Bis dann... Haha... Herrlich...